Hallo zusammen, ich hier ist wieder Tchela und tschüss wieder für euch in Dragonflight Now X und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren und zwar wollen wir heute wieder ein bisschen Gold rauswasten diesmal bin ich auf dem Server Kazak und ja, hier hatte ich auch mal wieder ein paar removede Sachen gefunden, die mein Interesse geweckt haben ich habe ja so ein paar mir selbst gesetzte Regeln auferlegt und zwar, dass ich die removeden Sachen bis insgesamt 200k kaufe hier sind einige Sachen drin und ich würde sagen, wir schauen einmal rein ich habe schon ein bisschen gescannt hier, habe mir auch schon ein bisschen über eine Million Gold besorgt heißt, wir können ein bisschen was ausgeben und ja, wir haben einmal eingestellt, maximal Stufe 60 denn die Stufe 70 Sachen kann ich hier schlichtweg nicht lernen da die Testcharts nur bis Stufe 60 sich quasi aktuell erstellen lassen dementsprechend haben wir eine Restriktion bis Stufe 60 aber da sind trotzdem genug Items drin was haben wir hier einmal? wir haben als allererstes ein Item aus dem Grabmal für 67.000 das ist jetzt uninteressant weil, ja, die non-removeden Sachen kaufe ich maximal bis zu 50k aktuell dann haben wir hier ein removedes Teil aus Zulgrub und Zonendrop für 150k Leder das finde ich recht interessant, das werden wir uns einmal kaufen und ich mache es jetzt wie beim letzten Mal ein bisschen einfacher mir, ich stelle mir hier einen Postkasten auf und wir nehmen die Sachen sofort raus dann kann ich die auch gleich in die Tabelle eintragen und, ja, verpeilen nichts mit den Werten also hier, 150, machen wir das mal so dann gehen wir gleich mal weiter was haben wir hier noch? dann haben wir hier aus dem alten Naxxramas 40 ein Item für 150k, das würde ich jetzt auch mal kaufen ich bin mit den Items immer noch so ein bisschen hinterher überlegen weil ich nicht weiß, wenn jetzt Patch 10.5 rauskommt ob man die dann kriegen kann oder nicht aber, komm, ich kaufe es mir jetzt hier mal vielleicht ist der Patch auch schon raus und ihr schreibt mir in die Kommentare ja, das Teil kriegt man jetzt beim Händler für 5 Gold dann wäre es natürlich belastend, aber naja, dann ist halt so kann man auch nichts machen so, dann haben wir noch mal eins für 150k Schwarzfeldstunden die habe ich das letzte Mal auf, was war ich da für ein Server? auf Draenor gesehen ich glaube für 200k bin ich froh, dass ich die nicht für 200k gekauft habe sondern jetzt hier für 150, ne? 50k gespart ne? ist auch nicht so schlecht so, die tragen wir auch noch ein sind ebenfalls 150 sind wir jetzt bei 450.000 dann, was haben wir da noch Schönes drin? niemand schickt noch Liebesbrise ähm, Armschienen des Untoten Schlachtens die sind aus, ähm Skirts Invasion ah, das waren Weltereignisse ich glaube zu Wattel war das, ne? da kann ich mich dran erinnern ich habe damals gespielt aber da war noch kein Gedanke an Timok äh, den ich verschwendet habe naja, das lässt, das, äh, ne? jetzt kommt mir das teuer zu stehen 190 waren das? 90 dann einen schönen Tag noch machen wir noch schimpft sich das Vikarsrobe oder irgendwie so das ist aus dem Kral des Klingenhauers ebenfalls removed kostet jetzt hier 198 ich würde sagen das kaufen wir uns auch noch raus was wir haben das haben wir tragen wir das auch noch ein ich hoffe, ich habe dann auch genug ähm Chars, wo ich den ganzen Spaß lernen kann, ne? mit den Testchars weil ich habe jetzt die Woche schon ein paar mir erstellt 198 war das, ne? jetzt muss ich nochmal nachgucken nicht, dass ich hier Käse aufschreibe ne, 198 90 waren wir schon richtig gewickelt dann, was haben wir noch Schönes? Wanderstiefel die sind aus den ehemaligen Todesminen für 200k die würde ich sagen kaufen wir auch noch raus danke für die Geduld danach wird es dann schon eng mit ähm Geschichten okay, hier 100 äh, die tragen wir noch ein 200k jetzt sind wir bei ein bisschen über einer Million 1.038.000 ah, aber ein bisschen Gold habe ich hier ja noch heißt bis 200k kaufen wir den Spaß jetzt könnte ich Wander die Scherpe kaufen oder den Gletscherumhang mhm komm, ich kaufe mir den Gletscherumhang oder aha, das ist aus Naxx das Teil, ne das andere ist aus Silithus der Windhäscher keine Ahnung, was der Windhäscher ist komm, kaufen wir das Windhäscher-Ding wenn in Naxx die Items reinkommen dann habe ich zumindest nur bei einem verkackt so, das tun wir jetzt auch noch einmal in die Liste rein 200k dann sind wir jetzt bei 1.238.000 jetzt müsste ich gucken dass wir noch auf irgendein WoW einloggen dass wir dementsprechend ähm, einen Testchar machen und die Sachen lernen ne, das sind jetzt wie viele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 an der Zahl gehen wir da mal kurz um dann muss ich mal schauen wir sind jetzt hier auf Kazak äh, da habe ich doch auch schon Chars auf Kazak ah, da habe ich schon den Platten, den Ketten Stoff und Leder Chars ach perfekt, da hatte ich schon einige gut, dann können wir das doch gleich machen ich war mir jetzt nicht mehr sicher ob ich da noch welche rumstehen habe also, was haben wir? wir haben ein Lederteil wir haben ein Kettenteil wir haben ein Kettenteil wir haben ein Plattenteil wir haben ein Stoffteil Stoff und nochmal Kette dann fangen wir mal an Tellerkette haben wir jetzt hier schon aus zur V-Auswahl die drei Dinge dann Tellerstoff haben wir die beiden Teile dann Tellerleder das hier und Tellerplatte Tellerplatte das haben wir wunderbar ok, dann loggen wir gleich schon mal ein jetzt muss ich bloß gucken sehen hier die ganzen Addons aus das ist nett, dass wir fünf Jahre einloggen so aus, ne? fangen wir mal mit dem Tellerplatte an bis wir da jetzt eingeloggt sind kann ich die jetzt auch schnell noch aus meiner Liste rausschmeißen oder wir gucken mal ob die überhaupt drin waren ähm die Items Numero 1 ist drin das schmeißen wir schon mal raus bei den Removeden ok, dann 3 ah, warte mal ne, das muss ich hier nicht suchen sondern ich muss das suchen ich glaube ich habe das ver... ah, ne, das war gar nicht drin ok und ah, das haben wir drin ok, das kann ich rausschmeißen aus der Liste schauen wir mal ob wir schon eingeloggt sind ah, seht ihr hier stehe ich noch beim ähm Patalysator in Seraph Mortis denn ich habe mir da glaube ich irgendwas gekauft was ich dann auch umwandeln konnte und der hat eh schon mal ewig viele Sachen noch das haben wir schon mal gelernt oh, ich muss noch gucken Plate ah, ok 36 Minuten das ist noch ok ich muss immer ein bisschen ähm drauf achten so Testcharts kannst du eine gewisse Zeit haben und wenn die nah am Ablaufdatum sind und wenn ich denen dann ein Items schicke kann ich nicht mehr einloggen und ja das wäre halt belastend ne, wenn man dann Items von im Wert von mehreren hunderttausend quasi äh ins Nichts schickt wäre natürlich ein bisschen blöd also man kann theoretisch wenn man den Schar dann aufwertet das schon kriegen aber ich möchte keinen Schar dauerhaft haben der Teller Platte heißt ne, also bringt ja nichts also das wäre dann eher ungünstig sagen wir es mal so so, jetzt tun wir die restlichen Sachen nur austragen was haben wir hier die Armschienen da können wir dann auch nochmal gucken ob ich die drin hatte ja, die sind auch drin seht ihr hier auch einmal raus dann haben wir noch die Robe war die drin ach, die hatten wir gar nicht okay da sind immer mal wieder Items die ich nicht in der Liste drin hatte ach ja Stiefel die hatte ich drin die können wir auch einmal rausschmeißen und das letzte die Scherpe oh, ich glaube ich bin schon eingeloggt oder äh hier, ja die alten Sachen habe ich auch gelernt also hier Item müssen wir bloß gucken, dass das wirklich Kette ist ne ich hab's ich hab schon das ein oder andere Mal gehabt dass ich versehentlich dann mit einem Kettenschaden ein Leder-Item angelegt hab dann kriegst du natürlich Stemok nicht das sind ja irgendwelche removten Sachen die auf der ganzen EU nur noch eine Handvoll drin sind und wenn du so quasi vernichtest ist es dann schon sehr belastend also das muss dann nicht unbedingt sein so, jetzt suchen wir noch die Scherpe die ist auch da noch drin schmeißen wir die raus und dann sieht's gut aus ne, also ich hab noch an Items, die nicht removed sind also die noch im Spiel sind aktuell 43 und das hier unten sind die removed das sind ein bisschen mehr das sind jetzt insgesamt 177 Items da sind aber die non-removeden schon drin, ne also müsst ihr halt die 43 von den 77 abzählen dann sind das noch ein bisschen über 130 Items die ich jetzt ähm remove brauche zumindest die in der Liste habt ne, das ist nicht hundertprozentig abschließend würde ich jetzt mal behaupten so, dann stellen wir jetzt hier den Briefkasten auf die beiden noch gut und was haben wir dann noch dann haben wir jetzt noch den ähm Leda-Char oder? da hatte ich glaube ich auch noch was ähm parallel habe ich aber auch schon mal woanders noch gescannt und zwar jetzt muss ich mal gucken während wir hier jetzt umloggen weiß gar nicht mehr was das hier für ein Server ist Arator ist das und ich hatte hier noch was interessantes gefunden rubinenfarbene Sonnenbrille und zwar ist die hier für 197k drin es tut echt ein bisschen weh mit dieser rubinenfarbenen Sonnenbrille und zwar die hat man früher von dem Händler bekommen für ich weiß nicht wie viel Gold aber auf jeden Fall für wesentlich weniger als knappe 200k denn das gibt es leider nicht mehr bei dem Händler Harris Pilten heißt die Dame ich weiß genau wo die steht, die steht im Gasthaus in Schadrat ne ähm und ich habe mir das damals anscheinend nie gekauft mittlerweile kriegst du es nicht mehr jetzt muss ich hier 200k ausgeben dass ich das Ding kriege ist halt belastend aber das ist zu machen ne das kaufen wir uns jetzt hier für 197.000 und die können wir denke ich mal auch gleich lernen mit dem Char hier warte mal bevor ich sie lernen kopiere es mir noch raus für die Tabelle 197.000 lernen wir das tragen das einmal in die Tabelle ein 197 und dann muss ich mal gucken ob die hier dabei ist ah doch die ist da unten bei meinen weißen Items die habe ich noch ein bisschen so extra ausgesondert wie ihr hier seht genau ok naja das ist wieder ein paar weniger jetzt muss ich mal gucken wir sind jetzt hier auf dem anderen Server eingeloggt oder jawohl der steht schon am Briefkasten und da ist noch das letzte Item was ich vorhin gekauft habe das Lederteil auch nochmal an und ja damit äh sind wir durch jetzt habe ich mir wie viele Items gekauft ich glaube insgesamt 8 removed oder 1 2 3 5 6 7 8 und ja ihr seht die Kosten waren jetzt schon ein bisschen höher würde ich mal behaupten und insgesamt haben wir ausgegeben 1.435.000 Gold und ja damit sind wir wieder durch mit dem kleinen Waste Video hat mich gefreut dass ihr dabei wart wenn ihr wollt sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder euer Tila bis dahin ciao so